Ich komm mal zu meinem Haus. Ich gucke eben. Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Ich glaub schon. Ja, was ist es gewesen? Hey, ihr habt doch... Ich sagte auch richtig, was du gesagt hattest. Ihr habt nur falsch gesetzt. Was ist das? Ich habe vergessen, mein Radio auszuschalten. Warum hast du ein Radio an? Mein Wecker. Ach so. Warum hast du einen Wecker? Warum? Weil ich eigentlich hätte pennen müssen nach der Nachtschicht, aber naja. Warum? Ach Zendos, man versteht es heute immer noch nicht. Ach ja. Fick dich. Nö. Ach. Ich kann es einfach nicht. Außer du machst es dir wirklich selber. Haha. She medo. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. So nachher noch zwei eben würd' ich sagen. Hitler ist gott. Das ist gar nicht, macht doch eigentlich noch was? Ich muss doch nach googlen, ob noch den Gravel Pit gibt. Oder kennst du noch Hit the Gravel, also Gravel Pit? Ja. Macht der noch was? Nicht wirklich momentan. Boah ey. Das ist, warum hast du dich jetzt schon wieder, oh manee. Wann haben wir angefangen? 14 und 12. Wann haben wir angefangen? 14 und 12, du Penis. Okay, dann haben wir gleich schon ein Stündchen rum. Okay. War mir gar nicht so lange vor. Hä? Kommt mir gar nicht so lange vor. Nein, mir geht's darum, dass wir gleich mal eben, wenn die Stunde um ist, dass es halt passend ist wegen dem Parts, dass wir mal eben 5 Minuten Pause machen. Ne? Weil du Pipi machst. Einerseits das. Einerseits das. Und ich versuch das jetzt einfach nur zu unterdrücken, dass ich das muss. Pipi. Und ich wollte mir eben... Kann ich dann aber auch nochmal ganz schnell Pipi machen gehen. Und eben eine Kleinigkeit essen, ich hab Hunger. Oh Gott, schau den Gessen. Du hast immer Hunger. Ja, ich weiß. Du bist echt so'n schwache Mat. Ja und? Wen juckt's? Dass ich Hunger hab? Hä? Hä? He? He? Ich hab deine ja schon längst freigelassen. So. He? He? Zum Harmel, du Arsch. Ne, was denn? Du hast angefangen. Nein hab ich nicht. Ich hab nichts gesagt. Ok, wir sagen nie was über unsere Mütter, ok? Ich hab nichts gesagt. Na ja. So wie du. du hast angefangen es läuft hier falsch so haben wir achte ich mache 12 hin so wann habe ich die gesetz ich habe genau hinter das gesetzt und dann gleich direkt wieder weiter oben das geben mir schmacko fadzi nicht dacht du wirst nicht denken ja klar warum das sind ich junge auf damit ich mache das ich mache das auch in aufnahme alter dann bin ich nur am essen dann komme ich gar nicht mehr zu was dann stehe ich hier nur noch und guck mal was du machst den ganzen tag ich würde gar nicht zum spiel kommen wenn ich hier nur essen würde deswegen beherrsche ich mich immer warum blockst du denn habe ich dir gesagt dass du blocken sollst mit deinem scheiß schwert stein hinsetzen weil ich das möchte zentos kommen wir bitte zu mir doch nicht aber kommen wir gleich hierhin kann es passieren dass einfach mal diese ganze kuppel einfach nur voller schmettel schmettel linge übertrieben voll ist siehst du auf der karte nur noch blaue vierke ich habe ich ab und zu mal hier wenn ich mich nicht kann kommen aber hier kann ich auch sagen wenn da ganz schön mit der länge rumfliegen also und dann musst du da durchlaufen dann gehen die richtig ab nein das ist wenn du wenn ich mich zum beispiel bei mir nicht ausloggen würde im haus sondern zum beispiel am magier drum und wieder hier hingehe da ist alles voll aber momentan sind ja auch keine bäume da die gepaart werden müssen gepaart oh er hat gerade gepaart und denk daran welche bäume die sind auch extrem hoch die ich züchten kann ja klar dann müssen wir sowieso gucken dass ich da erstmal von eine sorte kriege dass du vielleicht an diesem punkt so eine kuppel weiß ich ja nicht wie du es vor hast oder irgendwie eine stelle frei dass wurde der baum auf jeden fall raus kann deswegen ist die idee auch mit der zweiten ebene noch gekommen war es sowieso recht hoch ist das vielleicht naja unten die fläche ist ein bisschen klein aber wenn ich den baum züchte und den händen packe ist das mal so fünf große stehen unten und dass oben die ganzen kleinen hinkommen ok naja weil der bau ich weiß gar nicht wie groß der wird ich glaube so groß wie so eine nachkommen nachkommen leck mich wie hier dschungel 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 hier dschungel wird wenn das in diesem vierer stamm ist so groß wie das dann kann ich ja richtig übertreiben ja mancher kann auch größer werden das ist noch das problem dazu würde ich sagen dass wir die es mal wachsen und dann wird es gemacht ich muss gleich gucken welche baum sollte ich daraus ziehen muss dann haben wir das auf jeden fall für nächste woche die seite waren lassen jetzt mal die bäume wachsen und anders geht es aber ich bin zu überlegen ob ich das jetzt lasse 12 deswegen will ich auch deine meinung hören 12 reichen auch vielleicht noch eine etage hoch du bist fertig und dann kommst du meinen vorbei alles abbauen wo ist eigentlich mal nacht ernsthaft wir können das erstmal so lassen lassen kommen ganzen tag hell ich wundere mich die ganze zeit wird es eigentlich mal nacht aber mich stört es gerade nicht man ist einfach gar nicht so realisiert wir lassen es einfach mal so vielleicht können vielleicht sagen auch die zuschauer lasst doch einfach dauerhaft an ja ich glaube sie stört das genauso wenig weil bei nacht sieht man weniger ja und außerdem ist es auch schöner für uns genau und außerdem ist man nicht ins bett gehen wir können direkt weiter wollen wir wollen eine schöne landschaft anbauen ich habe ja mal schon als erste aus in diesem sumpfgebiet bei mir da hinten aufgebaut habe ich habe ja schon wieder ziemlich übertrieben und 10.000 milliarden sachen angefangen ja wie immer aber nix fertig gemacht aber das soll als erstes fertig werden ja mal gucken wie weit das dem projekt noch geht na doch so ich weiß gar nicht wie viele folgen habe ich jetzt mittlerweile 143 sind oben das stimmt gar nicht 100 149 die sind oben ich glaube bei mir sind das 152 wie gesagt bei dir fehlten ja nur noch drei stücke oder so waren das komm erst mal kurz zu dir ja komm mal eben zu mir musst du eh gleich noch mal eine jüge mitholen ach nee alter avira scheiß nervenprogramm ja das ist noch schlimmer mittlerweile das ist noch nerviger ich habe keine probleme bist du hinten 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 bei den bienen deswegen hätte sie auch porten können ach egal was willst du noch meinst du das hier oder was soll ich noch einer oder nicht das ist so hier kommen die großen dinge hin das ist so ein künstlöcherback ich weiß nicht wie so wie bei weintrauben so weißt du gestaffelt da oben was ich eigentlich machen würde ich würde das noch eins höher machen dann würde ich hier einfach gerade einfach so ganz normal durchlaufen lassen ich weiß ja nicht wie viel du da noch von den bauern willst da weiß ich auch nicht deswegen frage ich ob ich jetzt ob das so reicht wenn du es noch höher machst dann lässt du es einfach gerade durchlaufen und hinten lässt du es wieder runter gehen ne hinten lasse ich nicht runter gehen ich lasse es ja dann auf eine ebene ich werde es dann irgendwann mal so durchziehen dass die landschaft da ganz hinten lässt so wieder runter gehen haben bei der insel ja so mann jeder mache ich noch ein höher er gut ich baue sowieso erstmal nur ein höher und dann mal gucken was ich dann im nachhinein wirklich damit mache noch schon verrückt warum so nehmen noch ein paar blümchen hinsetzen für gleich dann haben die schon mal ihre blümchen ich betätige immer wieder den hebel ne naja mach das sind hier keine Bienen drin wo wo sind keine Bienen drin Bienenvernichtungshebel meine ich ja ja da ach nee sind auch mittlerweile keine drin ne weil ich momentan auch keine züchte ich habe ja auch nur die sorten die hier unten sind da unten ist nix interessantes drin aber ich muss oben leeren oben leeren oben leeren oben leeren oben leeren zwei Minuten haben wir noch Lagen Nummer 3 hier sind also ich muss nachfüllen ok was brauche ich denn ich brauche zweimal Bienenwachs einmal Pollen und einmal Jelly dann wieder runter ja ich muss hier unten tue ich das Zeug jetzt rein gute Arbeit 1,2 1,2 1,2 äh 1,2 gleich hat nicht ob ich hier noch so irgendwie was hin mache so dass das so ja ein Bienenkopf aus Wolle oder so bisschen übertrieben mit den Kerzen ist das schon hier ne ja ich weiß aber dann ist wenigstens hell da drunter ohne Witz das ist mir rain ich hab ein bisschen komisch damit oh jetzt irgendwo ein Skelett krieg ich es jetzt schon ja hau ab Skelett hm da muss ich unten Fackeln hin packen alles klar ja unten drunter kommt Fackeln hin machen wir das einfach ist ja gut ach hier sind auch noch ja die Blumen kommen weg die Blumen müssen weg hui hm nix das ist ein Blumenparadies hier okay eindeutig das ist eindeutig eindeutig widerlich das bist du ne so das können wir hier vernichten die zwei Pfeile du hm wenn du ein paar Bienen haben willst ne dann holt ihr die direkt aus dem Containern von den Bienen aber nicht da unten ne das ist so meine 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 Reserve eh nix von den Nobeldingern brauche ich nur so viel das ist schrecklich wie viele Schmetterlinge hast du denn schon gefangen ach ich hab immer nur so zwischendurch gefangen was so grad dabei war wenn hier so viele Massen waren dann ja es geht doch noch das ist ja ja das kann ich ob ich noch anders weg habe ne ich glaube hier nur beherrschte ich mal alter Schwede kann das mal sch schnell arbeiten hat das Ding kein Strom mehr vielleicht hmhm hmhm achja übertrieben ich brauche ich brauche wieder Ewigkeiten dass ich fertig ist im normalen kommt brauche ich vielleicht die Hälfte aber das ist auch egal und 3 1 2 3 komm hier 4 5 6 wir müssen auch mit der Aufnahme ja mach mal kurz nen kleinen Stopp sehen wir uns gleich ciao ciao ja